Hallihallo, Ladies and Gentlemen! Oh! Willkommen zurück zum zweiten Part von Other 2. Und wir haben die Nacht überlebt, die gar keine Nacht war. Ja, äh, ja. Aber wir sind letzte Folge etliche Male gestorben. Das heißt, die Folge wird's erstmal wahrscheinlich unser Ziel sein. Irgendwie so Ressourcen, Haus, was weiß ich alles. Ich platz mal hier die Bäume an, gell? Uh, da geht's aber stahl runter. Ja, ähm, fett. Hast du vielleicht... Ah ne, ich brauch gar keine. Gut. Was brauchst du nicht? Ich brauch keine Blueberries nicht. Okay. Du brauchst keine Blueberries nicht? Nein. Okay, gut. Äh, ja, aber vielleicht mal ein bisschen explorieren. Vielleicht schauen, dass wir Ambrosium finden oder sowas. Oder Ors, oder überhaupt irgendwas. Also Ambrosium Shards hab ich. Echt? Woher? Ja, ich hab auch eine. Ja, keine Ahnung. Um Wolkenpion. Ja, genau. Ich glaub, die Monster droppen das ab und zu. Ähm, hat noch irgendjemand ne Axt oder so? Mach dir eine. Ja, aber das bräuchte ich Holz. Hä? Und das wollte ich abhauen und dafür brauch ich ne Axt. Warte, ich hab noch Holz. Kann man sich Chests machen? Ich hab auch noch Holz. Kann man sich Chests machen? Das ist hier die Frage. Warte, ich schau mal schon. Gute Frage. Ähhh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. gehabt Prozent Prozent wollen unsere Bases hier drin lassen dabei oder erfreut sich auch sagen er wird verteidigt ist ein bisschen klein hier alles ja wir können ja irgendwie das so in die Treppe integrieren dass wir so ein Schrägdach haben ich bin aber häufig tut ja mal ein bisschen stein und alles rein muss ich noch das ja das ist das halten Moritz wir könnten mal vielleicht hier wo bist du gerade beim Baum Baum wo vielleicht dass ich hier so einen sicheren Weg nach unten bauen weiter unten ist ziemlich viel ist bestimmt auch interessantes zu entdecken ja vielleicht auch irgendwas zum Essen bei demnächst was sind die Bäume angepflanzt also ja hoffentlich machen die Bäume was da anstatt dumm rund zum stehen wo ist denn die chest da gleich mal das ganze zeig ein bisschen Holzpulte mal war leck ja ab und zu gesetzt so Lerks oft das aber merkt aber ganz ehrlich auch hier mal großes Lob an King Boots und seine Entwickler alter das schon geliefert King King Docks gegen Wurz Wurz vor der Welt King Boots Wo bist denn du überhaupt schon wieder hier? Ich finde das hier schaut richtig nice aus Ja, tut's auch Ich hab ein Brosium bekommen Oh mein Gott Äh, wenn du so von aus der Tür ra... Ah genau da, hast du die Treppe gesehen, die ich gebaut hab So, ich hab noch ein paar Blueberries Soll ich auch gleich die Büsche mitnehmen, oder? Ja, auch wieder Blueberries, meine Fresse Gut Was steht da rum? Ein Busch Da kannst du abbauen, dann kriegst du Berries raus Und baust das nochmal ab, dann kriegst du den Ah, hi Moritz Bin gerade über den anderen Weg gegangen Äh, äh, ja auch Ich hab selber nur noch zwei Oh, keine Ahnung, oh, da ist ganz viel Essen da unten, glaub ich Das schaut jedenfalls die ersten aus Ja, schaut nach ganzen aus, wenn das bringen wir uns um Du darfst es dann probieren, Raphael Danke Ich will mal kurz runterbauen, oder so Oh, okay, gut Merke, man sollte nicht so oft auf diese Jump Clouds gehen, weil ich... Oh, 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 oh Ja, äh Der Retter in Not Was ist das hier? Oh mein Gott, was war das? Ähm, Orangen Alter Ich hab keinen Hunger Ja, ich schon Ja, deswegen ja Hast du den Busch mitgenommen? Ja, hab ich Geh mal ein bisschen auf Essence Hunting hier Oh, Tiel, zwei Dings Warst echt, ist ja richtig nice Ey, wartet hier mal auf mich Wenn ich ja schon wieder, seitdem der dann alleine sterben darf Ah, ah, komm Außerdem hab ich ein Schwert, damit kann ich euch unterstützen Hm Okay Hab ich gerade... doch, da krieg ich sogar einen Busch raus Alles, alle Busches und so mit, gell Okay, also wir sind jetzt hier mal in So pro forma die Äh, totalen Umweltvernichte hier Ja, genau Das sind blaue Wolken, haben wir blaue Wolken schon? Blaue Wolken haben wir schon Das sind die, die nach oben kommen, oder? Ja Ja Okay Also die, die nicht nach oben kommen Oh, 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 oh Ja, die, die nicht nach oben kommen Ah, oh Oh, oh Ah, so ein Brotium Ich hab mal gepunt hab Ist das ja nicht Von der Seite kommen wir rein Laufen Nein, kommen wir nicht Ah, fick dich, fick dich Weg Ah, nein Oh, ah Scheiße, scheiße Ah, hier ist ganz, ganz enger Pfad Und so Wolken, die ja nach oben schießen Ähm, das ist mir nicht zu zeigen Ja, äh, ich bin fast tot Hast du noch Essen? Jaaa, er healed gerade Okay Pass halt auf, dass du nicht stirbst oder so Pass vor allem auf, dass ich nirgends nutter voll Ah, ah, nein, nein Wo? Ah, ah, ah Oh, oh Hä, kriegt man Ambrosium, wenn man das Gras abbaut? Hä? Nee, ich glaub das kriegst du nur, wenn du Monster tötest Du hast ja gerade welche Ja, aber es lag auf einmal so da, ohne dass ich das Monster getötet hab Ja, vielleicht spawnen das all random und ich sieg noch im Busch Ah, konnte es sein, dass man irgendwie immer mehr Schaden nimmt Oh, oh, nein, 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 oh Alter Alter Nicht auf das gelbe Zeug, nicht auf das gelbe Zeug gehen Nicht auf das gelbe Zeug gehen Nicht auf das gelbe Zeug gehen Wieso, was macht das? Das, das beschleunigt dich in irgendeine Richtung Das, was ausschaut wie Sand Ja, genau Oh Wenn du da drauf gehst, dann wirst du so langsam in Richtung Abgrund beschleunigt Ah, nein Oh, Wolke Oh Oh, Ethermusik Ich höre nichts, ich habe meine Sounds ausgemacht Wollen wir uns darüber vielleicht mal so hinbauen? Ja Wenn du, sagen wir, wenn die Wolke kommt Ja, 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 ja Was? Ja Ja, 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 die ist noch da Aber ich glaube, die tun nichts, oder? Ah, nein, überhaupt nicht Nicht nur Es gab irgendwelche Wolken, die waren friendly Nee Ah, 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 au Die ist es nicht Nein, da ist nicht Raffi, die steht Ah, 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 ah Von drüben Ist jung? Ähm Au Huh Alter, Mann, das ist hier richtig gefährlich Ist sie tot? Nein Nein, die Wolke lebt noch So ein Scheiß, Wolken leben Ich mach mal hier mal Ambrosium Torches Aha Hä, seit wann gibt's Nachtmesser? Ah, da oben sind schon wieder so ein paar Agro-Wolken Vorsicht, 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 Jungs Ja Ah, da kommt eine Agro-Wolke und eine Mauer Oh, oh, okay, es wird's dunkel, wir sollten zurückgehen Jetzt kommen die ganzen Agro-Zeug Ich dachte, wenn's dunkel wird, dann heißt das nur, dass es unten regnet Nein, dann... keine Ahnung Glaub nicht Nein, fuck you Also ich meine, dass ich es so gelesen habe, dass es gar keine Nacht im Erfa gibt Sondern es einfach nur dunkel wird und dann regnet's Alter, 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 alter Ah, es ist tödlich Aha Ja, ja, ach Au Nein Ja, wo bin ich denn? Gott, diese Vision Au, ich bin tot Es lag die Wolke leicht Seid ihr beide tot? Ja, die Wolke hat mich runtergeschossen Also in der Nacht sollten wir echt zurück zur Base gehen, weil da wird alles ganz böse und so Ich bin in Schwarz Ich würde jetzt hier gerne mal wissen und schreibt uns das doch bitte mal in die Kommentare, wie das jetzt ist Gibt es eine Nacht im Erfa oder heißt das nur, dass es dann gerade in der richtigen Welt regnet? Gott Ich glaube, es gibt nur noch Mein persönlicher Mann, okay Ja, aber in der richtigen Welt regnet's gerade nicht Gut Okay, und ja, ich seh... Die sind hier ja alle total unfreundlich Ja, ich seh es Ich hab mir den Himmel anders vorgestellt Vier Drei Zwei Zwei Tod Struck mit Frostbites Ja toll, ich steh hier irgendwo und konn nix machen Ja, relock dich vielleicht Das ging bei mir auch Social Party, Join Existing Party Oh Okay, ich bin im Haus Ja Ich mach mal hier ne Fackel rein, gell, damit es ein bisschen gemütlich ist Boah, das macht das ganze Ambiente schon wieder viel Schon, gell? Fröhlicher, ja Soll ich das hier mal zu machen eigentlich? Äh... So Aus den Augen, aus dem Sinn Ja, wo bist denn du? Hier In dir Mach mal so Ach, Moritz Ich stell mal unsere ganzen Busches noch auf Ja, ich hab andere auch Ja, ich auch noch Und hier die Orange Fruit Tree Saplings Ach, sind's Saplings? Okay Achso, die müssen erst wachsen Kann man eigentlich hier im Evers spawnen? Ich weiß nicht, sollte ich mal versuchen hier den Spawn Point zu setzen? Hm, nee, lass mal Oh, Moor, Moor, Moor Das hat mich gepäusent Könnte man sich nicht irgendwie in Evers 1 freundliche Moors zu schichten? Ja, kann man Ja, kann man Also ich glaub auch immer noch Aber du brauchst erst die Moor Eggs wahrscheinlich Moor Eggs und so, genau Moors, geh mal wieder in die Party Ihr seid bei mir beide in der Party Hä? Bei mir ist nur Wolf in der Party Wieso sehe ich denn nur Raffi? Wieso sehe ich denn nur Raffi? Ich habe eine Party Aether Rocks und ihr seid beide drin Anscheinend nicht Hilfe Hier ist nur Raffi drin Ja, dann ist es wahrscheinlich noch einer von den Aether Bugs Ich habe Ambrosium bekommen Okay, ähm Ich würde mal gern irgendwie ZENIT finden oder so Join existing Und dann There are no parties to display at this time Ja, dann gib mir doch mal alle raus Und dann Oder Wolf, geh mal aus deiner Modes Ja, ich wünsche euch Ich habe ja auf this band geklickt Okay Und dann auf join existing Ja, social party join existing Und dann steht da, gibt's keine Ich bin your party ever rocks Und da geh ich jetzt erstmal raus Ich geh ein bisschen Moa hunting Dann, ich create jetzt mal eine Du bist doch schon ein Niner Nein, jetzt bin ich grad rausgegangen Du warst jetzt zwei Party Na gut, dann lief ich jetzt mal meine Ja, mach einfach das Jetzt kann ich noch in deine Wolf, ich kann schon noch in deine Hä? Ich bin aber grad in keiner drin Das Wolf hat ja auch eine Party Nein Aber wenn du nur selber drinnen bist, dann siehst du es nicht, gell? Also Okay Ich geh mal hier ein bisschen Ja, whatever Ich seh euch aber beide nicht auf meiner Partyliste Oh, Moab 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 von rechts Moab 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 Okay Alter, wie sein fettenes Nabel durch die Tür steckt Ich hab euch gerettet Oh Dankeschön Oh Oh Das ist sehr tödlich Ich bin döst, doppellich Oh Ich brauch was zu essen Ich hab noch eine Orange Ich hab noch fünf Orangen Oh scheiße Das ist mal hier rein Es soll wieder Tag werden Wir brauchen irgendwas in der Nacht zum tun Ja, gibt's denn immer noch keine Betten? Ja, wie willst du Wolle herkriegen? Ja, vielleicht gibt's ja irgendwelche Wolken, die einen ganz bestimmten Drop haben Ja, ich frag mich gerade Den trau ich ja hier alles zu Äh, wir können, oder es gibt glaub ich auch Schafe Farbige Schafe oder so Heather Schafe Ja Das macht nix Was macht das? Das macht auch nix Einfach Crafting-Rezepte ausprobieren Das macht alles nix Hm Ich würd gerne mal irgendwie Ressourcen finden oder so Aber ich glaub, die sind eher weiter unten auf der Insel Das heißt Ja, das könnte man fast andenken Ähm Und ich hätte hier einen Platz, wo man rechts kommt Oh mein Gott, ist das viel Zeug? Gibt's eigentlich... Ja, ich weiß, deswegen bin ich hier im Hintergrund Ich mach mal kurz noch ein bisschen eine Rüstung Kann man Rüstung schon machen? Ja, da kommen gerade zwei Moab Was? Ich wüsste nicht, aus was wir eine Rüstung machen Wolf, mach halt dann die Tür wieder zu Entschuldigung Ich war hier gerade so geblockt Ich glaub, Rüstung kann man auch nur finden Ja, ganz toll So, aber ich mach mal ein paar Rüstungen Äh, ne Rüstung und auch ne Spitzhacke Was ist eigentlich das Besondere der Spitzhacke, wisst ihr das? Hol die Stormtech-X Wahrscheinlich kann die manche Sachen Oder vielleicht kriegst du nur mit der manche Materialien raus Also ich hab da keine Ahnung Ich auch nicht Äh Äh, dann vielleicht noch Oh Gott, da machen hier zwei Mowers in unserem Hausparty Ja, sollen sie doch Ein was? Wo? Ja, direkt an der Wand, an die Moritz gerade schaut Warte, pugen wir mal Ich schau mal, ob mit der Holy Stone Pickaxe der Baum da neben uns Im Haus Ich hab gelesen, er geht nur mit einer Sanite Pickaxe kaputt Doch, leck mich Da kommt noch ein Mauer Wir sind fast tot Ich hab Leben verloren Wollen wir wieder in der Party gehen oder so? Hey, ich hab drei Federn bekommen Cool, ich hab schon Äh, äh 51 Federn Also Federn kriegt man genug Ist okay, Wolf? Ja, ja, ja Habt ihr schon eine Party gemacht jetzt? Nein Wolf soll aus seiner rausgehen Ja, ja, ja Nur Create Party, Join Existing Party und Party List Da fuuuck Soll ich mal eine Party machen? Einer create it jetzt mal und lädt sie alle ein Okay, dann create ich jetzt mal Party, create Party Eta Bugs So Mach mal hier Private, Finish Party Okay Add Member Alright, ihr seid beide in der Wollt ihr bist in der Party? Was? Reduck dich mal vielleicht Natürlich, ich werde jetzt noch diese Orange verspeisen Hey, ein Baum ist gewachsen Ah Ich würd's übrigens sagen, das mit den Notifications hört's richtig nice aus Jo Ja WTF Rafi, wo hast du jetzt so viel Coins her? Party Manage Add Member Ah, jetzt kann ich dich gar nicht sagen Bin ich jetzt noch in irgendeinem Ah, ah, ah Nice Ich für den schwarzen Wolken würd ich übrigens aufpassen Ja, das äh Das wissen wir schon Das hast du schon demonstriert Ich würd nicht gerne was machen, aber in der Nacht ist das doch scheiße Vorsicht, da verbirgt sich eine schwarze Wolke hinter dem Oh, die versteckt sich ja Könnt ihr mal versuchen, hier und Ah, ah Ne, da ist schon die nächste Wolke Okay, wir könnten mal an dieser Felswand demnächsten einen Abstieg versuchen Versuchen? Ja Weil wir können auch fahren Oh, es wird Tag Echt? Ja Das müssen wir gleich mal richtig rausnutzen Endlich Das heißt, gleich wird die schwarze Wolken, die auf uns zukünftig weg sein Rafi, Rafi, nein, du stirbst Nein, ich sterb, ich sterb Ich sterb Ich sterb Ich bin tot Nein, der Frech Nicht, wenn ich sie zuerst sterbe Mein Schwert ist kaputt gegangen Da, da übrigens ne Neirenner, Wolf Das kriegt man eigentlich von den Wolken Wolf nicht in das Baufeuer, Scheiß Von den Wolken hab ich gerade nur zwei Evercoins bekommen Okay Alles okay bei euch? Ja, ja Da halt ne Neirenner, aber sonst Ja, ja Es ist Tag, so ich geh jetzt mal ein bisschen unten an die Insel Warum sind die noch immer böse? Wir bräuchten mal nen Bogen oder so Gibt's glaub ich gar nicht Wenn's Federn gibt, glaub ich, könnt's auch nen Boden Einen Boden Einen Boden kann's vielleicht gehen Ich komm mal schauen vielleicht mal mal Seile machen Da müssten wir aber erst irgendwie Seile oder so haben, also String Und wir kriegen das ja Ja Also, du meinst, dass es hier alles total autonom funktioniert Ja, also nicht alles vermeintet Nicht da reingehen, nicht in die Wolke Oh, 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 oh Sonst haut's dich hoch und du bist tot Oida Ey, ist ja noch die Scheißpfeile eigentlich, kleine Möge Welche Scheißpfeile? Äh, Stick and Feather, oder? Ja, äh, Flint, Stick and Feather Ach, scheiß Oh, Flint Nein, 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 ich will sterben Ich will zu jungen zu sterben Wolf, du schaffst Das finde ich Ahhhh Okay Ja, ähm Versuch mich hier grad auf der Wolke zu halten Ich bin nicht gedeiht Das ist schon mal sehr gut Did you not died? Nein, so lange Oh mein Gott, da ist ja noch ne Mauer Wollen sie mich aber verarschen hier Oh, hier, jetzt hab ich sie in der Oh, danke, Wot Bitteschön Äh, wenn wir uns hier rüber bauen wär das mal bestimmt ziemlich nice Weil da sind ziemlich viele Ressourcen, seh ich Überbauen Oder wir gehen mal in die Richtung Vielleicht ist da Nein, da ist hier Wo siehst du da bitte Ressourcen? Ja, da sind Bäume und was weiß ich alles Was sind Bäume? Da können wir dann dahinter gehen Ah, da sind Blueberry Das sind Blueberries Ja, wir fragen jetzt, wie kommen wir da hin Aber ich würde überhaupt gerne mal hier an der Insel nach unten gehen Was ich jetzt gleich mal mach Ja, wie gesagt, da drüben gibt's so ne Felswand, da müssten wir mal runter Ja, craften wir uns doch erstmal ein Jetpack Okay, ich bin ganz unten auf der Insel und fast tot Ja, wie denn? Moritz, komm mal mit mir mit Oh, ich hab Ohr Ich hab Ohr Echt? Wie hast du Ohr? Ja, ja, hier, also harmlösen oder nicht, aber ich sieg Ohr und 1, 2, 3, 4 Ja, okay, ich könnte jetzt natürlich das einfach abbauen und dann nach unten fliegen Was ist da unten? Da unten steht gleich ein Moa, gell? Ja, das ist schön für ein Moa Äh, ich kann's nicht aber auch alternativ da am Rand anbauen Was war das, Wolf? Ja, ich bin gefallen und dann hier so drauf gelandet und dann ein Moa und Gott, nein, 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 au Wolf Oh, 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 Alter Ich hab ganz viel, äh, Dings, Ambrosium, äh, gefunden Ne ganze Mine davon Und wenn du, übrigens, wenn du es mit der Holz abbaust, dann kriegst du doppelt, gell? Wie, kriegst du doppelt? Ja, dann kriegst... Mit der Skyroot, what? Ja, dann kriegst du zwei Drops Echt? Das ist beim, äh, beim Fällen auch so Das heißt, wenn du einen Baum mit einer Skyroot Pickaxe, äh, Axe fällst Ach, daher hab ich das gehört Wolf, was machst du? Wolf, hast du irgendwie so Glück? Ich treff's nicht Ist auch noch schlecht Ich hab bei Skyroot Pickaxe Fuck Ah, ich kann mich noch an die alten Zeiten von Ezra erinnern, wo man Ambrosium essen konnte und es hat irgendwie die Hälfte geheilt oder so Das waren noch Zeiten Weil dann merkt man, es ist halt einfach gesund Gelbes Zeug, ja Wolf, das ist eine Wolke, die dich... Ach, Moritz, jetzt, red doch nicht sowas Wow, was passiert da eigentlich? Was machst du? Nein, ich bin gegen irgendwas gegengelaufen und dann hat's mich total weggeschlagen What? Wolf, nur am sterben Oh, 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 ne Wolke, ne Wolke, ne Wolke böser Wolke, böser Wolke, böser Wolke, böser Wolke Strafe, 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 COD Skills COD Skills So, ich höre jetzt erstmal nochmal VTOL rein Vorsicht, Wolke, Moritz Ja, 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 chill Ja, nix, chill Ich habe Sanit gefunden, kann man das mit einer Skyroot abbauen? Nein Weiß ich nicht Ja, kann man Aber man bekommt nur eins raus, schade Moritz, protect mich hier mal, ich bin gleich tot Stirbst du denn auch immer so oft? Ja, weil mich die Wolke sofort hier gleich harasst Das ist ja furchtbar Wo bist denn du jetzt, Moritz? Beim Abbauen von irgendeinem goldenen Zeig Das Ambrosium Das kann sein, dass das Ambrosium ist, das weiß ich nicht Das ist das Hauptrezept, das wir brauchen Jetzt können wir nämlich gleich mal Ich glaube, wir können jetzt ein Altar machen Pass auf Ihr könnt mich jetzt gleich mit einem Altar beerdigen Ja, das wollten wir ja, deswegen Das war der Plan, Wolf Wo bist denn du gerade? Ja, am Haus Ja, was ist das Problem? Die Wolke Das ist eine Wolke, Junge Ja, bis ich da bin, bin ich schon fast Ja, jetzt endlich So, hier Haha Da lacht keine Wolke mehr Alter, wie viel Ambrosium ist hier? Aber Ambrosium ist ziemlich wichtig, weil mit dem kann man alles enchanten Das heißt, man kann nie genug davon haben Das ist so die Hauptressource Nein, 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 jetzt kommt ein Moor daher Das gibt es doch nicht Wo ist der überhaupt? Ich würde hier gerne erstmal jemanden sehen, bevor er mich umbringt So, oh Gott, hier ist so viel Zeug, das lasse ich jetzt hier mal liegen Und jetzt nehme ich hier so eine Wolke, so eine blaue und springe dann nach oben Boah, bist du tot? Nein, bin ich nicht Ist sogar safe nach oben gekommen, glaube ich Fast Wo bin ich? Ah, da bin ich Jetzt gibt es noch ein Moor an den Sack Adadadadada Adadadadadadadada Aber es gibt auch Wolken, die schießen einen in eine besondere Richtung, wie du sie hinsetzt Das heißt, da könnten wir uns so ein ganzes Transportsystem machen Das wäre richtig cool Von den weißen Wolken kriegt man ja kein Fall Damage Wenn man da drauf springt Echt Ja So, ich mache jetzt mal ein Altar, wenn das so geht Ich glaube, es geht so Alter, Jungs, wir haben ein Altar Geil Und was machen wir damit? Sachen entscheiden, schauen wir, wie geil das ausschaut Kommen wir zum Haus Jaja Jetzt bin ich hier gerade abgestiegen, ohne zu sterben Du musst wieder aufsteigen Moos, wo bist du eigentlich? Ich höre gerade das ganze Ambrosium da Bist du auf unserer Insel, oder? Jaja, schon auf unserer Okay Also Ah, da ist du dich Da, ja, da bist du Oh, nice Das ist richtig geil Also es gibt kein Interface, aber wenn du jetzt zum Beispiel Was kann man da drauflegen, was weiß ich Kann man Feder drauflegen? Nein Irgendwelche Sachen kann man da drauflegen, zum Beispiel Aha Sunlight vielleicht Ah, hier, ich konnte gerade Ambrosium Ja, das ist Enchanted halt dann Zeug Das heißt, wenn du jetzt hier so So machst Was soll da ganz viel Ambrosium drauf Und wenn du da jetzt irgendwas reinlegst, was weiß ich Vielleicht ein Schwert Ne, dann kriegst du ihn wieder raus Jedenfalls kann man damit Sachen enchanten Nein, schaß Ah, ich glaube du kannst Ätherdirt enchanten, oder? Nein, auhoho, aber wenn ihr, schau mal Ich glaube, dass dir geht Wenn du so machst Uh Dann geben die Doppeldrops, oder so Mhm, toll Ich werde da gerade von zwei Wolken verfolgt Ja, ja, haha Hier unsere kleine Farbe Wie schlimm, Moritz Ja, ich stirb wenigstens nicht Das hast du ja auch gegeben Wie konntest du jetzt? Ah, 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 ah Moritz Verdammt Es ist der Scheiß-Sand, der dich so wegpuscht Nein, nein, das ist jetzt Enchanted Das ist Gras, glaub ich Und zwar Ja, da kriegst du Doppeldrops Wenn du jetzt Wolfen mal hier die Dings abbaut Die Berries Okay, wie konnt ich jetzt da was machen? Wächst alles sehr viel schneller, oder? Ja, schon, dann kriegst du zwei Ja, jetzt hab ich vier Jetzt hab ich vier bekommen Oder vier Richtig, nice Eins für den Moritz Da, nimm's halt Danke Das heißt, also essen dürfen wir jetzt relativ viel kriegen Ah, da ist schon wieder was gewachsen Aha Alter Da können wir dann richtig große Obstgärten bauen Ja Geil, geil Ja gut, aber Jungs, wir sind schon wieder bei Trends Wie genau funktioniert es mit Ja, du kannst mit Rechtsklick halten Ambrosium reintun So Ja, das kriegt dann alles ich Dankeschön Du musst halten, glaub ich Ja, da Und weil sobald ein anderer Rechtsklick macht, geht's raus Achso, deswegen Also wenn du, wenn du mal hier so hält, dann So, und dann kann man da irgendwas reinlegen Ich weiß aber nicht ganz was Vielleicht hier so, ne Vielleicht muss man auch zuerst das reinlegen Wie legst du da was rein? Ja, mit Rechtsklick Man kann nur bestimmte Sachen reinlegen Achso, geil Wenn ich, also wenn ich jetzt hier Ambrosium drauf tue Hab ich einen goldenen Apfel bekommen Oh mein Gott Oder, nein, Enchanted Berry Warte, lass mich das mal mit meiner Pickaxe probieren Das geht nicht, vielleicht mit einer Ganzen Holy Stone Axe Ah, es geht wahrscheinlich nur mit einer Ganzen Oh Ey, du, was, was war das? Holy Stone Axe Ja Vielleicht könnt ihr wieder ganz machen oder so Keine Ahnung Hat sich irgendwas getan? Nein, ich, ich mach mir Skyroot Dings, geht nicht Vielleicht muss sie ganz sein Okay, ich hätte ne Idee, wie wir nächstes Mal dann Ja, das ist sonst eher ganz, aber Okay, ich hätte ne Idee, wie wir nächstes Mal traveln könnten Okay Äh, ich brauch jetzt noch ein bisschen Holy Stone Ja Jungs, aber wir sind schon wieder bei 25 Minuten Ich bin wieder viel zu lang, die Folge Jetzt probier ich noch kurz das mit dem Holy Stone Sword aus Ein ganzes Okay, ganze Sachen kann man mal reinlegen Wenn ich jetzt hier rechts warte, nix machen Ich glaub, das kriegst du einfach wieder so raus, oder? Ja, aber ich hab trotzdem irgendwie Ambrosium benutzt Ja, ja Ja, komisch Naja, falls ihr, falls ihr Zuschauer was wisst, könnt ihr in die Kommentare schreiben Hoffe euch mal wieder, euch hat's gefallen Hoffe euch, hoffe mal Euch hat's wieder gefallen Alter, der macht es so geil Oh Ja, wir schweben im wahrsten Sinne des Wortes auf Wolke 7 Ja Und ich, ja Keinem ist es aufgefallen, dass er Wolke es gesagt hat Ich hab in letzter Zeit so, so, so Strafstörungen Straffehler Ja, genau Okay Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt Und man sieht sich Bis zum nächsten Mal Tschaußen Tschüss Auto Und you say I will be the one To let this go Outro